Der Körper eines Mannes ist ein Jagdcomputer. Die Frau, die du liebst, berührt deinen Körper. Der Mechanismus ist aktiviert. Die Startsequenz wird hochgefahren. Und das Programm läuft. Ob du das willst oder nicht. Schatz, was ist denn los? Warum kannst du nicht einschlafen? Du, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber komisch, warum sieht das Bett aus wie ein Zelt? Ich habe versucht, dir das zu erklären. Ich habe gesagt, Schatz, ich kann nicht einschlafen, wenn du das machst. Liebst du mich denn nicht mehr? Was, natürlich liebe ich dich. Ich bin verrückt nach dir, das ist es ja gerade. Schau, ich küsse den Boden, auf dem du gehst. Also bitte geh jetzt auf.